Heute möchte ich euch zeigen, wie ich aus einer alten hässlichen Treppe gemacht habe. Die Treppe ist aus dem Jahr 1936, hat mir der Kunde gesagt. Wie immer mehrere Schichten Farbe, und zwar die Treppe war nicht gestrichen. Sie war so, wie die aus einem Eimer Farbe übergossen und die Farbe einfach nur auf die Treppe verteilt. Das ist schon wieder hier ein bewohntes Haus, wir haben natürlich alles abgeklebt, wir haben im zweiten Haus gestrahlt, wir müssten einfach nur die Türen abkleben. Nicht umschalten, guck zu Ende, was wir darauf gemacht haben. Und das alles natürlich nur in einem Tag. Wir machen jetzt noch ein wenig. Wir machen jetzt noch ein paar Leute, aber die Kunde sind ja noch nicht in einem Teil von Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.